Radio Lippe Hammer, also die Waden brennen, es ist ordentlich steilig hoch, man braucht glaube ich wirklich einen guten Motor am Auto und ein paar stramme Schenkel um hier hoch zu kommen, aber es hat Spaß gemacht, müssen wir da runter jetzt auch. Ja, hi ihr Lieben, danke für eure Tipps, es war wirklich großartig hier in Detmold Berlebeck am Pulverweg, ganz schön steil das Teil, perfektes Training für Nepal, vielen Dank. Warte, 3, 2, 1.